Hallo zusammen, ich werde häufig angesprochen, was spielst du eigentlich mit der linken Hand für Einwürfe? Welche Melodien spielst du? Hast du davon Noten oder wo kommen diese Melodien her? Nun, wenn ihr das gerne einmal probieren möchtet, habe ich ein ganz einfaches Beispiel für euch. Ein schon uralter Song, nahezu 50 Jahre alt, jung, Tut en va. Das ist in einem Duett gesungen von Alain Bayer und Noël Caudier. Die Melodie kennt ihr. Im Original werden die Einwürfe mit einem Marimba Phon gespielt. Da müsste man also ganz schnell mit den Fingern trillern. Das gibt es für die linke Hand nicht in dem Keyboard. Daher habe ich mich mit einem Mandolinenorchester beholfen. Und dann spielt die Melodie Und die linke Hand wiederholt das einfach Ich denke mit ein bisschen Übung ist das ganz gut zu bewerkstelligen. Hier einmal der ganze Song Tut en va. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.